Ich bin Ula Sturgan und spiel längs außen. Zeit nicht getroffen, scheiße. Umgang Türk, rechts oder links außen. Marco Souton, Innenverteidiger. Ich sag nochmal, Innenverteidiger. Jungs, Innenverteidiger, ne? Ante Badunic, 27, rechter Außenverteidiger. Scheiß Ball. Marco Mladina, rechter Verteidiger. Beim nächsten Mal. Ivan Anic, linker Verteidiger. Das sollte nicht sein. Perza Pusejic, Abwehr. Hallo, mein Name ist Anton Topalovic. Ich bin Mittelfeldspieler. Jaaa! Silvio Marquez, schlechter Verteidiger. Jaaa! Silvio Marquez, schlechter Verteidiger. Ivan Klarknitsch, defensives Mittelfeld. Noch was sagen? Leider daneben. Ja hallo, ich bin Ante Jurcevic und bin im Vertreter. Karlo Krševliak, Zentrale Mittelfeld. Karlo Krševliak, Zentrale Mittelfeld. Jaaa! Das ist ein Torat, du hast. Jaaa! Jaaa! Das ist ein Torat, du hast. Jaaa! Jaaa! Jaaa!